Flowcard 1800 und Vario Panel PC sind Produkte der Rhein Medical GmbH mit Hauptsitz in Deutschland und in Kombination als mobiler Arbeitsplatz verfügbar. Diese Kombination besteht aus dem mobilen Wagen Flow 1800 und dem Vario All-in-One Computer und eignet sich damit besonders für den mobilen Einsatz in der gesamten Klinik sowie in allen medizinisch und hygienisch sensiblen Bereichen. Der mobile Computerwagen ist äußerst manövrierfähig und gewährleistet während der gesamten Lebensdauer Stabilität, Qualität und Sicherheit. Die Höhenverstellung und die Kombination aus beweglichen und festzustellenden Rollen mit niedrigem Rollwiderstand ermöglichen jedem Nutzer flexibel das gewünschte Arbeitsumfeld. Durch den integrierten Tastaturauszug kann der Flow 1800 bei Bedarf um eine Tastatur und Maus erweitert werden und verstaut die Peripheriegeräte bei Nichtbenutzung sicher. Durch die Leistung des langlebigen Nickel-Metall-Hydrid-Akkus ist der Betrieb des Vario-Systems für bis zu neun Stunden möglich. Dadurch entfällt der zwischenzeitliche Ladevorgang im Tagesablauf und spart Laufwege sowie Arbeitszeit ein. Der aktuelle Ladezustand ist über eine Anzeige jederzeit ablesbar. Der montierte Vumatic Vario All-in-One Computer ist ein Display mit eingebautem Computer, der den medizinischen Standards entspricht. Dabei handelt es sich um einen Panel-PC mit Intel-Technologie und Wireless LAN. Dieser Panel-PC erfüllt wesentliche Eigenschaften für den Einsatz im gesamten medizinischen Bereich. Die Sicherheit ist durch eine bündige Schutzglas-Scheibe ohne Tropfkanten gewährleistet. Diese erleichtert die Desinfektion des Gerätes und bietet gemeinsam mit dem geschlossenen Gehäuse ohne jegliche Schlitze und Öffnungen die notwendige Hygiene. Zusätzliche Bedienerfreundlichkeit zeigt sich durch die optionale Touch-Funktion. Das heißt die Bedienung mit der Maus entfällt und das System kann selbst mit OP-Handschuhen bedient werden. Das Display gewährleistet ein brillantes und scharfes Bild, egal aus welchen Winkeln Sie Einsicht auf den Monitor nehmen. Zudem ist dieser Panel-PC durch die Verwendung von robusten Industriekomponenten auf einen 24 Stunden Langzeiteinsatz ausgelegt. Entsprechend Ihrer individuellen Anforderungen können Sie nun die für Sie passende Ausstattung und Leistungsklasse wählen.